Ich glaube ehrlich gesagt sogar, nein, das muss ich nicht. Ich hatte es damals mal anders ausgetestet, aber pff. Hallo, willkommen zurück zur Baufolge. Momentan bin ich alleine auf dem Server. Ja, ich bin frei. Ja, der andere kommt gleich. Der andere kommt gleich dazu. Er muss eben noch seine Wasserkühlung fertig verlegen hier. Das Problem ist, ich schieße mich immer hier so in die Aufnahme rein. Ich muss erst mal gucken, was ich jetzt eigentlich machen will. So, ich habe da ja vielleicht... Ach ja, apropos. Das, was ich gleich sagen muss. Die letzte Sammelsession konnte ich leider nicht aufnehmen. Besser gesagt, ich habe es aufgenommen, aber leider fehlerhaft und ich könnte sie nicht hochladen. Das heißt... Ja, jetzt die Frage, was habe ich noch gemacht? Ganz viel bunten Beton habe ich gesammelt. Buntes Glas ein bisschen. Äh, Schweine abgeknallt für Goldbarren. Mit dem Gold... Ne, und mit dem Frau das Fleisch habe ich mir dann Sachen gekauft, wie zum Beispiel auch Blumen. Dann habe ich noch hier alles weitergebaut. Wieder den Ozean ein bisschen weiter zugebaut und... Ja. Eichenlaub habe ich noch ein bisschen gesammelt. Ja, und vor allen Dingen, du hast mit... Du hast da einen neuen Händler ausgetestet. Ja, es gibt halt einen neuen Händler, der auf Beton... Nein. Doch. Doch, der Beton verkauft. Alle Farben, die es gibt. Also fast schon wieder vergessen, oder wie? Klar. Wer bist du? Goro wollte ja noch kommen, allerdings erst um 22 Uhr. Hatte ich auch gelesen. Wollte Matze kommen? Das weiß ich nicht. Oder nächstes wieder arbeiten. Ganz von beiden. Ganz von beiden. Was ist los dabei? Quarz-Ziegel. Ich glaube, der Scheiß ist noch gar nicht verändert worden. Kann ich mal nach... ...Racket noch mal abschrauben, oder was? Das Spiel ist für mich leider etwas unscharf. Ja, das bringt so diese höhere Auflösung mit sich. Ja. Wenn man jetzt mal mal 2K hat. Wenn ich einen 2K-Monitor habe und ich das Spiel jetzt hier nur in Full-HD gucke ansehen kann, das ist ein bisschen unscharf. Aber eine Aufnahme sieht man das halt nicht, weil ich halt in Full-HD aufnehme. Das heißt, da ist immer noch alles normal. Dann haben wir die GPU-Bracket noch mal los. Alles gleich läuft, ey. Dann mache ich drei Kreuze an der Wand. Ja, wann brauche ich das? Ich weiß es noch nicht. Ich weiß noch nicht. Ja? Ah, stimmt. Mit Ziegel arbeiten? Ja. Ja, ja, doch. Ja, doch, doch. Scheiße. Mit Ziegel werde ich demnächst auch noch genug arbeiten müssen. Ich habe mir jetzt noch ein Riesenbauprojekt auferlegt. Also zwei zumindest. Das eine ist das, was ich schon letztes Mal erwähnt habe. Das berüchtigte Sägewerk. Das kommt. Und was ich mir jetzt noch überlegt habe ist, und das wird ein absolutes Riesenprojekt, ein Marktplatz. Bei mir hinten. Marktplatz? Mhm. Aber nicht gerade, aber... Äh... Nicht gerade klein gebaut. So. Schon geschmückter. Aber siehst du dann... Was? Nein, ich sehe nichts. Nein, wenn ich ihn gebaut habe. Ich muss jetzt erst mal noch... Ich muss jetzt erst mal noch die Schmiede noch bauen und dann noch das Sägewerk. Und danach ist dann der Marktplatz dran. Ich habe irgendwie keinen Schaden bekommen. Ja, das ist so der Vorteil, wenn man... Wenn man... die 3080... Ja... Nee, die 3025... Ja... Die 3090 ist ja auch schon ausverkauft. Ja, weil die nicht so lange warten wollen. Obwohl es eine 1499 Euro Grafikkarte ist, ne? Hat schon was. Ja, wer hat es, der hat es, ne? So ein bisschen. Definitiv. Aber siehst du aber auch eine Bomber Grafikkarte, um es mal ganz einfach auszudrücken. Hm, na... Es sind quasi Leistungsdaten der ehemaligen Titan-RTX. Jetzt muss ich ein bisschen rumexperimentieren hier. Hm. Ja, 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 ja. Hm. Zwei Platz oder drei Platz? Ja. Ja. Es ist wieder. Alles klar. Warum ist die Musik jetzt wieder so leise? Sofaschön Gut, Beleuchtung funktioniert schon mal Zuckendisco Nee Meine ganzen RGB-Lüfter Die ich jetzt alle hier drin hab Die schon mal alle funktionieren Und dann nur noch reinstopfen da in den Karton Und dann war's dat Ich hab ja auch noch einen ganz großen Karton Achso Geile Geschichte zu der Wasserkühlung Ähm Ich hab die zwar Vorletzte Woche Sonntag schon bestellt gehabt Die sollte eigentlich letzte Woche Dienstag ankommen Nur dann hatte ich Letzte Woche Freitag hatte ich dann Ne E-Mail von Amazon gekriegt Dass das Paket an Amazon zurückgegangen ist Nähere Gründe standen jetzt nicht drin Aber ich konnte mir denken, was es ist Dass Amazon es beim Transport Beim eigenen Transport Also zum eigenen, äh, weiteren Standort beschädigt hat Ich muss aber sagen Die gehen manchmal echt ein bisschen bescheuert mit den Paketen um So ein bisschen Oh was ist das denn hier Oh geil Ich schüttle es mal Oh geil Da ist was wichtiges drin Ich übertreib jetzt wieder ein bisschen So groß sollte das eigentlich gar nicht werden Aber egal so was sollte das wirklich nicht sein weil ich komme jetzt gerade am ende meiner bauffläche aber ich habe jetzt einfach mal wieder bock auf was großes größeres so ob ich denn jetzt noch klebeband ein paar gabeln noch festmachen und dann war es das endlich an meinem bauch ich bin gleich wieder da geil kann ich mit mir selber reden da will ich gar nicht hinbauen ja zuerst sah es so aus als ob ich sogar alleine let's playen könnte aber dann kam der mauer cell dazu rotzfrech dachte mir so die erde war auch eigentlich nicht dazu gedacht eigentlich war die erde wird zu was anderes gedacht aber ja ja und schon dass ich verbaut da hin ja am besten hier ist es richtig direkt vor deinem gesicht so ist es richtig so müsste es richtig sein ja da sich die treppe alles perfekt ausgemessen gemessen ja da müsste jetzt eigentlich sein ja meine kind ich habe keine ahnung wie lange das hier wieder bauen wird ich will noch was großes bauen nix aufnahme session denke ich mir scheiße so zumindest schon mal die seitenplatte setzt jetzt wieder drauf und jetzt sind es nur noch schrauben der rest schrauben drehen oder andrehen man muss erst mal so richtig an den schrauben drehen bin der meister freilich bin ja mal gespannt wie gut wie gut die cpc kühl hält weil ich habe es nämlich letztes mal geschafft bei call of duty modern warfare beim aktuellen habe ich vor kurzem geschafft meine cpu fast an maximum zu kriegen da fehlt nur noch neun grad was hast du gezockt call of duty modern warfare also den aktuellen teil auf ja auf fast maximalen grafikanstellung her warum nicht maximal wenn da brauchst du schon eine ti dann für anders geht es nicht was brauchst du für ne 2080 ti mindestens ach du hast keine rtx 3080 oder was nein ich habe eine 2080 super ach so ich dachte du hast die neue grafik gerade schon ne 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 das wäre auch ein wunder wenn ich eine hätte das wäre auch ein wunder wenn ich eine hätte da könnte ich mich so glücklich schätzen aber nein sag mal wo sind denn jetzt die anderen schrauben verdammt die schrauben die quasi meine rücken seine seiten platz erhalten hä ist das so richtig ne ich suche die nur gerade da ist nun mein alter kühler die sind bei deinem absinthe ah ja so so wo könnte ich die hier geschmissen haben nein ach doch den ganzen salat hier ey meine güte kopfsalat ach ist das nun mal ein schlüssel man hat sich gehört mhm ach verdammt 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 ich in meiner bin ich im ersatzpaket ja ja dann angucken dabei ein steak essen man kennt's also man kann es so machen aber aber dann würde das hier glaube ich scheiße aussehen oder da kann man hier keinen zaun mehr machen hm ja gut ja gut da soll aber auch kein zaun mehr doch man soll ja ganz gut in das innere reinschauen können ja doch dann ist das alles in ordnung alles alles jopp wirst du jetzt gerade dein dörflein dann weiter bauen oder wie ne ich baue irgendwas großes typisch typisch ich wollte jetzt eigentlich irgendwie dieses so ein blumenschrein machen und da drum dann auch so ein riesen blumenfeld ja das was du doch letztes mal gebaut hattest na ja zuerst wollte ich nein oder wie habe ich das genannt im video du hast das blumenschrein genannt dieses quatsgebilde was du da gebaut hast nein ich glaube pflanzenschrein keine ahnung oder pflanzenschrein es ist keine blumen weil blumen sind keine pflanzen aber da habe ich ja gesagt dass ich verkackt habe weil ich da drum kein blumenfeld machen konnte weil es zu dicht an den dörfern ist achja da war ja was deswegen wollte ich das dann einfach nur so jetzt da als schönes Gebilde Deko Objekt lassen ein Ablassen mhm heute erstmal so eine richtig fette Palette sagen vier dazu obwohl es keinen Sinn macht im Karton Dings gekaufte Lippen ist hier halt in einer Dose oh Sparkeling ja klar erstmal fett drauf flexen ey aber wenn ich gerade keine habe könnte ich mir theoretisch im lauf des Let's Plays vielleicht mal holen ein Döschen warte mal ich muss mal eben kurz was anschließen ich habe irgendwie das Gefühl dass ich gerade mit Augskabel verbunden dass ich nicht genügend Ziegel habe so jetzt müsste eigentlich wirklich genau rein mhm 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 Wird auch nicht Rucki noch da? Ja Er hört mich nicht Ja, jetzt höre ich auch mal was Junge, Alter Was ist? Hörst dich an? Wie so ein betrunkener C3PO, Alter Okay So richtig staunt, Alter So richtig langsam auch noch Immer noch, oder geht's jetzt? Genauso Du redest mit 0,25 Geschwindigkeit Kann aber eigentlich gar nicht sein Was? Das wird so betrunken an, einfach Voll unheimlich, Alter Ja, Leute Ich glaube, Marcel braucht noch ein paar Stunden Bis er eigentlich es schafft, hierher zu kommen Den Teil, der muss ich ruhig Was? Besser Ah ja Jetzt ist es leider vorbei Aus der Traum Dann hat das doch an der Dings-Verbindung gelegen An der Drahtlos-Verbindung mit dem Headset Weil Ich hatte jetzt gerade gedacht Ach komm Schließ dir mal eben kurz dein Drahtlos-Ding an Aber irgendwie wollte das nicht Dann so funktionieren, so wie ich es eigentlich sonst immer vom PC Also von Windows aus kenne Wo sind diese Scheiß-Schrauben jetzt? Kann doch nicht sein Bin der Meister eilig Und was nicht passt, das pfeilig Ach Fein habe ich genug gemacht in der Ausbildung Bin der Professor mich fröhlich Und was das Cheech das bölig Ne? Also ich habe in der Ausbildung genug gefeilt An den Fingernägeln Ne Metall Metall gefeilt So jetzt fehlen mir natürlich wieder Holzplanken Und Glowstone Und grünes Glas glaube ich Ja Ist mir gerade zu den Ideen gekommen Ist voll geil Alter Dir fallen immer so spontan irgendwelche Ideen ein Spontanisch? Da oben Das grüne Glas ist mir jetzt gerade dazugekommen Ich könnte Ist geil aus hier Guck mal her Mach jetzt mit dem scheiß Glowstone 21 Sind nix Aha Schwarzeichen-Truhe Wo ist die Eicheltruhe? Da Okay Das wird erstmal reichen Schon ist dann wieder vollgemüllt Mal auf die Lightruck gucken Guck mir mal Okay Ne Warte Mal so 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 Sieg nicht ganz am Anfang Wo ich gesagt habe Auch man Wieso ist hier so leise Oh das ist eine andere Ich weiß es nicht Piano hört sich doch immer gleich an Da ist jetzt die Frage Wie kriege ich jetzt den scheiß Glowstone da hoch Ich habe keine Keinen Bock Äh Bin ich schon wieder alleine? Offensichtlich ja Hey Kriege ich mehr oder weniger Doch noch meine Oh Gott Jetzt kommt eine absolute Punktlandung Die ich überhaupt nicht hinkriege Siehste Scheiße Ich habe natürlich jetzt Mein Dings nicht mit Ja gut Dann muss ich jetzt tatsächlich Mal Keys benutzen Um mal hochzukommen Wow Nice Geil Und dabei nochmal so ein Kackdinger Weggebaut Okay Da kann ich doch nie im Leben rüberspringen Ja wow Das ist ja richtig eklig jetzt Jetzt werden die Gerüste nicht schlecht Die habe ich natürlich jetzt nicht mit Ich brauche Glasscheiben Das geht mit denen gar nicht Bei meinem Glück werden die 64 Auch nicht ausreichen Obwohl Da kriegt man glaube ich Vieles viele von Äh Ja Da kriegt man sehr viele von Hohoho 22 64 Du hast keinen Platz in der Tat Man kennt's Was ist das? Beton habe ich da weggeworfen Gelben Beton habe ich da auch noch drin gehabt Machen wir das erstmal so Ja komm Quarz brauche ich jetzt auch erstmal nicht Und welche zufällig ich hier meine Gerüste finden würde Wäre das echt vorteilhaft Da Okay 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 Dann mal los Muss man sich ja richtig anstrengen Pass auf Jetzt komme ich instant da hoch Nö Ich grippe hier einfach mal Fettherzen Diese Heilung kostet so viel Nahrung Und ich baue erstmal die Scheiße Falsche Scheiße Weg Du sollst da hin Alle Musik ne Ist aber schön Da kann man echt entspannen Passt gerade übelst gut zu so einem Blumenschrein Dazwischen Ich habe so eine grobe Idee Die ich gerade noch nicht so richtig umsetzen kann Weil ich mir das obere gerade noch nicht so richtig vorstellen kann Also sagen wir mal Ich mache das jetzt erstmal so Wahrscheinlich habe ich jetzt eh gerade verkackt Ich habe zu weit gebaut Ja Jep Wo ist meine Glasscheibe Ich weiß Du bist irgendwo hier Da Und angeblich liegt irgendwo noch ein Alten rum Und ich sehe es gerade nicht Hä Man die Mini Map sagt hier ist irgendwo ein Alten Ich sehe es ja nicht Okay Ist verloren Spiel will mich treuen Ich werde von Minecraft getreut Das ist der nächste Titel im Video Kriege Millionen Aufrufe Werde ich getrollt Gleich mal die Bild anrufen Ähm Mir fällt gerade auch wieder was anderes ein Also Etwas was ich hinzufügen kann Eine Sache Die ich jetzt gerade nicht dabei habe Ich teile die Ideen Die Musik kann von mir aus bleiben Äh Der kann weg Dann ersetze ich das in der Mitte Durch gelbes Glas Ich meine ja Feinheiten aber Mit diesem bunten Glas kann man auch so geile Geilen Stuff eigentlich machen Ich bin In �